Adi sei Baba Und streitsüchtige Töchter Genau wie sie selbst Sie kämpften stundenlang Sogar um etwas so einfaches Wie eine Haarbürste Ah Hör auf Ich hab gesagt hör auf damit Gib es zurück Es gehört mir Nein, nein, nein Eines Tages musste Cinderella's Vater Eine lange Reise unternehmen Lady Puffy nutzte diese Gelegenheit Um die ganze harte Arbeit im Haus Der armen Cinderella zu geben Reinigung des ganzen Hauses Holz zum Kamin bringen Und die Zubereitung von Mahlzeiten Nahm die ganze Zeit von Cinderella in Anspruch Trotz ihrer harten Arbeit Waren Lady Puffy und ihre Töchter grausam Mutter Cinderella ist so schmutzig Lass sie nicht mit uns im selben Raum essen Genau, denn davon bekommen wir Albträume Cinderella, du hast gehört Was meine schönen Töchter gesagt haben Such dir einen Schlafplatz auf dem Dachboden Die arme Cinderella Ließ sich in einem staubigen alten Raum Auf dem Dachboden nieder Aus ihrem kleinen Fenster Blickte sie in den Garten hinunter Und von Zeit zu Zeit Sprach sie mit einer schneeweißen Taube Hallo süße Taube Als die Tage vergingen und Cinderella ihr Zimmer auf dem Dachboden aufräumte Traf sie zwei kleine Mäuse Wer seid ihr klein? Hallo Ich bin Cheddar Und ich bin Mozzarella Und ich bin Cinderella Ihr kleinen Kerle esst gerne Käse, nicht wahr? Ich werde ein köstliches Essen für euch zubereiten Ja, ja, ja Wir verhungern Wir konnten seit 32 Stunden, 20 Minuten, 5 Sekunden nicht mehr in die Küche gehen Ja, da unten ist ein haariges Monster Diese böse Katze Papu Gleich morgen früh werde ich euch beiden ein leckeres Frühstück machen Am nächsten Morgen ging Cinderella in die Küche Ohne Lärm zu machen Die gemeine Katze Papu Wartete vor dem kleinen Mauseloch in der Küche Um Sheddar und Mozzarella zu jagen Cinderella nahm ganz leise einige Stücke Käse mit Und ging auf den Dachboden Aber dann erwischten sie Lady Puffys Töchter Was hältst du da in der Hand? Und was machst du damit? Es ist nur etwas Käse zum Frühstück Mom, Mom Mom Cinderella stiehlt unser Essen Ich stehle? Ich würde nie etwas stehlen Ein Dieb und ein Lügner Was für ein böses Mädchen du bist Die kleinen Mäuse gingen nach unten Und begannen durch die Küche zu laufen Um die bösen Schwestern zu erschrecken Ah, oh nein Eine Maus Es gibt eine Maus im Haus Mom, ich habe Angst Lady Puffy war gerade dabei die Mäuse zu fangen Als es an der Tür klopfte Der königliche Botschafter kam Seine Majestät, der Prinz hat morgen Abend einen großen Ball auf der Burg vorbereitet Alle jungen Damen im ganzen Land sind zu diesem Ball eingeladen Als sie von dem großen Ball hörten Liefen Gisabelle und Cassandra mit großer Begeisterung auf ihre Zimmer Und begannen Kleider für diesen wichtigen Abend auszusuchen Auch Lady Puffy wollte, dass ihre Töchter schön aussehen Also zwangen die bösen Schwestern Cinderella schöne Ballkleider für sie zu nähen Der nächste Tag kam Cinderella war sehr müde Ihre kleinen Freunde versuchten sie aufzuwecken Cinderella, aufwachen! Du musst zum Ball gehen! Aber ich habe nicht mal ein Kleid Das einzige Kleid, das ich habe, ist schmutzig Lief die Augen, Cinderella Wir haben eine Überraschung für dich Ihre kleinen Freunde brachten Cinderella in die Mitte des Raumes Die weiße Taube hob die Abdeckung an der Wand mit ihrem Schnabel an Tada! Ich kann es nicht glauben! Ein Kleid! Es sieht fantastisch aus! Cinderella zog ihr neues Kleid an, machte ihre Haare und ging schließlich nach unten Aber ihre bösen Stiefschwestern sahen Cinderella und wurden vor Eifersucht verrückt Lady Puffy wollte nicht, dass Cinderella zum Ball geht Als sie sah, dass sie schöner war als ihre eigenen Töchter Also warf sie eine Schale mit Bohnen in den Kamin im Wohnzimmer Damit Cinderella sie wieder aufheben konnte Wenn du die Bohnen aus der Asche nehmen und innerhalb von fünf Minuten wieder in die Schale legen kannst Kannst du mit uns zum Ball kommen Hahaha! Cinderella wollte so sehr zum Ball gehen, dass sie anfing die Bohnen aufzuheben Ihre kleinen Freunde sahen ihre Situation und kamen, um zu helfen Innerhalb von fünf Minuten sammelten sie alle Bohnen ein und legten sie wieder in die Schüssel Cinderella lief Lady Puffy hinterher, die bereits losging, um ihr die volle Schale zu zeigen Lady Puffy wollte immer noch nicht, dass Cinderella zum Ball geht Also benutzte sie diesmal Cinderellas schmutziges Kleid als Vorwand Und sie ließen Cinderella im Haus und gingen weiter zum Schloss des Prinzen Die arme Cinderella war sehr, sehr traurig Sie setzte sich in den Garten und weinte und weinte Direkt unter einem Haselnussbaum, den ihre Mutter vor langer Zeit gepflanzt hatte Und gerade dann begann der Haselnussbaum zu zittern und zu leuchten Und eine wunderschöne Fee erschien vor Cinderella Ich heiße Liabel, ich bin hier, um dir zu helfen Sei nicht traurig, du wirst auch zu diesem Ball gehen Aber wie soll ich so zum Ball gehen? Aha, überlass das mir! Ich brauche nur einen Kürbis, die anderen Dinge, die ich brauche, sind bereits hier Cinderella kam zurück und hielt einen Kürbis in ihren Händen Fairy Liabel begann, mit ihrem Zauberstab herumzuwedeln und verwandelte den Kürbis in eine wunderschöne Kutsche Die Mäuse wurden zu wunderschönen Pferden und die Taube in einen gut gekleideten Kutscher Cinderella konnte nicht glauben, was sie sah Die Fee schwang wieder ihren Zauberstab und legte Cinderella in ein schönes blaues Kleid Auf ihren Füßen erschienen funkelnde Glasschuhe Ach, ich sehe jetzt aus wie eine Prinzessin! Vielen Dank, Liabel! Jetzt ist es Zeit, zum Ball zu gehen! Beeilt euch! Die Fee warnte Cinderella, bevor sie zum Ball ging Aber nicht vergessen! Du musst um Mitternacht zurück sein, sonst ist die Magie weg und alles ist so, wie es vorher war! Cinderella hörte der Fee aufmerksam zu und ging schließlich zur Burg Der Kürbiswagen hielt vor der großen Burg an Cinderella mit ihrer überwältigenden Schönheit betrat die Burg Die Gäste der Burg sahen Cinderella und fragten sich, wer diese schöne junge Dame bloß war Weder Lady Puffy noch ihre Töchter erkannten, dass diese schöne Mädchen Cinderella war Prinz Leo ging auf Cinderella zu und verliebte sich auf den ersten Blick Schöne junge Dame, darf ich um diesen Tanz bitten? Cinderella war so fasziniert vom magischen Tanz mit Prinz Leo Wobei sie die Zeit vergaß Als die Uhr gerade dabei war, zwölf zu schlagen, erinnerte sie sich daran Du musst um Mitternacht zurück sein, oder sonst? Cinderella ließ den Prinzen zurück und rannte schnell aus der Burg heraus Wohin gehst du? Ich weiß nicht mal deinen Namen! Cinderella lief die Treppe der Burg hinunter und verlor plötzlich einen ihrer Glasschuhe Leider hatte sie keine Zeit zurück zu gehen und den Schuh zu holen Also rannte sie so schnell wie möglich zur Kutsche und verließ das Schloss Finde den schönen Besitzer dieses verlorenen Pantoffels Wenn nötig soll jedes Mädchen im Land diesen Schuh anprobieren Als die Uhr zwölf schlug, kehrte alles zu dem zurück, was es vorher war Cinderella ging zurück in ihr Zimmer auf den Dachboden Sie dachte an die magische Nacht, die sie mit dem Prinzen Leo hatte Und erkannte, dass sie sich verliebt hatte Aber es schien unmöglich zu sein, dass der Prinz sie mit ihren alten, schmutzigen Kleidung erkennen würde Die Zeit verging und der Prinz ließ eine riesige Villa neben der Burg für den kostbaren Glasschuh bauen Alle jungen Mädchen, die auf diesem Land lebten, besuchten diesen Ort, um den Schuh anzuprobieren Sogar Lady Puffy und ihre Töchter besuchten das berühmte Herrenhaus Namen Cinderella aber nicht mit Du bleibst zu Hause Es ist unmöglich, dass der Schuh dir gehört Richtig Der Schuh wird entweder zu Kassandra oder zu mir passen Aber ich bin auch ein Mädchen, das in diesem Land lebt Ich habe das Recht dazu Lady Puffy hatte Cinderella nicht einmal zugehört Sie schloss sie im Haus ein und ging mit ihren Töchtern Natürlich passten die Glasschuhe weder zu Kassandras Füßen noch zu Jezebels Wenn ich nur ein wenig mehr versuche, denke ich, dass es passen wird Nachts, als die Lichter der Villa funkelten, schaffte es Cinderella dank Mozzarella und Shedda aus dem Haus Sie kam bei dem Majestätischen Haus an Als sie gerade dabei war, den Schuh anzuprobieren, trat Prinz Leo in den Raum Aufhören, nicht bewegen, du wirst den Schuh beschädigen Nein, 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 es ist mein Schuh Er passt perfekt zu mir Sie sagt die Wahrheit, sie ist Cinderella Cinderella zieht mutig den Schuh vor Prinz Leos Augen an Und er erkannte, dass der Schuh perfekt zu Cinderella passt Du In dieser Nacht Du bist das schönste Mädchen, mit dem ich in dieser Nacht getanzt habe Darf ich deinen Namen wissen? Mein Name ist Cinderella, eure Hoheit Willst du mich heiraten, Cinderella? Cinderella sagte fröhlich Ja zum Prinzen In den sie sich verliebt hatte Sie haben in der großen Burg geheiratet Und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage